und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmbausteinbaus heute mit einem zuschauerwunsch und zwar vom lieben norbert der mir dieses modell hier nahegelegt hat und da habe ich gedacht da kauf ich es doch auf jeden fall mal und wir schauen uns das auf diesem kanal hier an und zwar von sluban die m38b 1125 ein fahrzeug das sehr sehr stark dem aston martin db5 bekannt aus james bond auf jeden fall ähnelt aber nicht offiziell lizenziert ist aber ich denke uns ist allen klar dass ein set in speed champions größe mit eben genau diesem fahrzeug als thema zwangsläufig irgendwo mit der offiziell lizenzierten lego variante in konkurrenz steht und da bin ich sehr gespannt ob mich dieses sluban set hier überzeugen kann und ich weiß ja auch dass einige von euch gerne sluban sets bauen und auch auf dem kanal sehen also hoffe ich wir haben heute ganz viel freude damit die packung ist auf den ersten blick leider schon viel zu groß und ich habe sie auch schon etwas rum bewegt also da ist sehr sehr viel luft drin das finde ich sehr schade besonders im hinblick darauf dass ich ja auch schon mal von bathos die vier sechs noppen breiten fahrzeuge gebaut habe und die packung ziemlich genauso groß war und hier haben wir ein acht noppen fahrzeug mit 325 teilen in dieser verpackungsgröße das ist leider überdimensioniert ansonsten gefällt mir die packung zumindest von der haptik ziemlich gut ich mag es auch dass der druck hier so ein wenig erhaben ist aber ehrlich gesagt ist sie etwas langweilig gestaltet wir haben nur das fahrzeug mit einem schwarzen hintergrund dann eben den model briggs schriftzug was die reihe ist und noch einmal die info dass es ein zwei in eins fahrzeug ist was aber hier eigentlich nur bedeutet zumindest laut der verpackung dass wir die waffensysteme anbauen können das ist zwar okay aber ich hätte mir da mehr gestaltung auf der verpackung gewünscht dasselbe kritisiere ich ja auch bei den 18 plus sets vom großen l dass diese einfach nur schwarze verpackung mir meistens nicht so sehr gut gefällt das sieht man dann auch auf der oberseite dass das doch leider ziemlich leer und unspektakulär ist und auf den seiten erwartet uns da leider auch nichts anderes genauso wie auf der rückseite wo wir zumindest noch einmal die bewaffnete variante von vorn sehen und das normale fahrzeug von hinten und wir haben ein paar detailaufnahmen und zumindest die länge angegeben und zwar wird das fahrzeug am ende ungefähr 17,2 cm lang mit dabei haben wir auch eine minifigur die wir uns natürlich auch zusammen anschauen das was in der packung drin ist ist aber natürlich viel viel spannender als die packung an sich und dementsprechend machen wir die packung jetzt auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und das sind die teile die aus der wie gesagt viel zu großen verpackung rausgekommen sind also da war mehr als 50 prozent luft was mir aber sehr gefällt ist das tüten design was wir hier bei sluban haben was mich aber etwas wundert ist dass wir hier die zahlen auf den tüten haben das ganze ist aber nicht in bauabschnitte unterteilt die braucht man natürlich auch nicht bei einem fahrzeug im speedchampions maßstab aber dann erschließen sich mir die zahlen auf den tüten nicht zu 100 prozent über die steine qualität reden wir natürlich wie immer während des baus und dann haben wir natürlich noch die anleitung in der anleitung finden wir auch ein sticker bogen das finde ich noch okay zumal er ja auch nicht allzu groß ist und die anleitung an sich ist klammer gebunden die papierqualität gefällt mir ziemlich gut und auch die drucke sehen gut aus was mir gut gefällt ist dass wir diese zwei einführungsseiten noch mal mit detailaufnahmen vom fahrzeug haben und vom umbau danach haben wir noch einmal die figur gezeigt und die gadgets die dabei sind und dann fängt auch der bau schon an was schon gebaut wurde wird dann in diesem eiweiß ton dargestellt an der stelle passt ein was ziemlich gut gerade weil dieses set ja von dir gewünscht wurden norbert in diesem eiweiß gelb ton ja du weißt genau was ich meine und was neu gebaut wird wird dann mit pfeilen gezeigt insgesamt haben wir dann bis das fahrzeug ohne gadgets gebaut wurde 35 bauschritte und wenn wir noch die gadgets montieren wollen sind wir bei 39 bauschritten eine teile liste finden wir leider nicht auf der rückseite sehen wir dann noch einmal zwei fahrzeuge im selben maßstab besonders ansprechend finde ich ja da die m38 b 1126 ich gehe mal davon aus dass das einen alten bmw darstellen soll auf jeden fall stehe ich auf diese alte form des fahrzeugs also ich glaube den werde ich mir auch noch mal zulegen aber auch auf dieses set bin ich sehr gespannt und vor allem bin ich gespannt ob es seine 20 bis 25 euro wert ist die man für dieses set ungefähr ausgeben muss wenn man das ganze inklusive versand wohlgemerkt kaufen möchte um das rauszufinden fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem 21 bauschritt wieder ich würde sagen es ist ungefähr die halbzeit von dem gesamten bau und bis jetzt habe ich nicht einen kritikpunkt sondern kann hier wirklich wirklich viele sachen loben als erstes kann man auf jeden fall die steinequalität loben von der verbaubarkeit finde ich die richtig richtig gut das ist ein tolles baugefühl die klemmkraft passt am ende auch und das ist mindestens auf lego niveau wenn nicht sogar noch ein stückchen besser und das ist eine steinequalität die von sluban so nicht erwartet hätte denn sluban hat sich natürlich kontinuierlich verbessert in letzter zeit aber hier sind die steine wirklich super super gut und damit habe ich richtig spaß dasselbe gilt auch für das aussehen der steine die sind wirklich schön glänzend wir haben sehr sehr kleine angusspunkte nur wir sind bisher noch keine farbabweichungen aufgefallen also die steine machen mir wirklich gesamt richtig freude was mir auch gefällt ist dass wir hier ein paar steine haben die eben nicht jeder hersteller listet wie zum beispiel dieses lobes die wir haben die aber in sich noch einmal geneigt sind und das ist natürlich gerade für die formgebung von so einem fahrzeug sehr gut auch finde ich es schön dass wir einige silberteile dabei haben vor allem bei der stoßstange und hierbei den spiegelelementen das absolute maximum wäre es natürlich wenn das gesamte fahrzeug silber wäre aber gut da sind wir wieder in einem bereich daran unrealistisch wird ich finde hier ist ein schöner zwischenweg gegangen worden dass zumindest dann die stoßstangen in silber sind und eben auch die spiegelelemente silber sind das gefällt mir ziemlich gut und auch diese elemente lassen sich sehr gut verbauen und die klemmkraft davon passt und auch konstruktionsmäßig habe ich bisher bei dem fahrzeug richtig spaß hier sind ein paar schöne kleine bautechniken dabei wie zum beispiel auch baurichtungsumkehr mit den bügelperlen gut das ist wieder etwas viele mögen dass viele mögen es nicht ich gehöre auf jeden fall zu den leuten die das mögen und die wurden hier gut eingesetzt um die form des fahrzeugs darzustellen und ein grundthema bei bond filmen sind ja immer die gadgets die bond hat und da finde ich es schön dass wir bisher zwar noch kein agenten gadget gebaut haben aber ein kleines feines detail einmal ist das fahrzeug natürlich rechts lenker das meine ich noch nicht das muss so sein aber es ist schön dass wir das lenkrad wirklich höhenmäßig verstellen können das ist so gelagert dass man das einstellen und bewegen kann das sind wie gesagt kleinigkeiten die aber mega viel spaß machen wenn man es gebaut hat und es gab bisher auch noch keinen fehler oder irgendwelche uneindeutigkeiten in der anleitung also ihr seht schon ich habe es bisher noch nicht bereut das ganze zu bauen und ich hoffe dass das so bleibt dementsprechend bauen wir jetzt den aston martin db5 zu ende und ich hoffe wirklich dass das fazit am ende genauso ausfällt wie dieser zwischenbauschritt und damit ist die sluban variante des aston martin db5 auch schon fertig alles was ich zur steinequalität im zwischenbauschritt gesagt habe hat sich genauso weiterhin bewahrheitet also das hat mir richtig richtig spaß gemacht dasselbe gilt auch für die konstruktion also der bau hat sehr viel spaß gemacht die bautechniken sind zwar bei seinem speed champion etwas begrenzt aber hier haben sie wirklich für einen entspannten aber interessanten bau gesorgt und selbst den druck bei der frontscheibe hier vorne haben sie echt gut hinbekommen er trifft nicht zu 100 prozent die farbe also ein leichter unterschied ist immer noch dabei aber das habe ich bei vielen anderen sets schon viel viel schlechter gesehen dafür dass hier auch noch eine schwarz getönte scheibe bedruckt wurde wo das noch schwieriger wird haben sie hier den farbton wirklich gut getroffen und auch die silberteile finde ich sehen an dem fahrzeug wirklich gut aus und was ich noch ganz lustig gefunden habe ist ja dass einige hersteller zum beispiel auch das große l auf ihren verpackungen teile die eigentlich gar nicht silber sind immer versuchen silber oder chrom mäßig darzustellen und dann haben wir sluban die silberteile einbauen und dann aber das ganze auf der verpackung so retuschieren damit man nicht sieht dass es silberteile sind mir ist es so rum immer noch viel lieber als andersherum aber ich finde das wirklich gut aber sie hätten gerne auf der verpackung auch betonen dürfen dass es sich dabei um silberteile handelt aussehensmäßig finde ich das fahrzeug auf jeden fall gelungen ja gerade wenn wir uns die front anschauen ist das natürlich nicht zu 100 prozent ein aston martin db5 aber er ist auch nicht lizenziert und auch davon abgesehen finde ich haben sie es für den maßstab echt gut gemacht die front ist aber auch das einzige teil was wir an diesem fahrzeug hier nicht so gut gefällt wie die lego variante sonst finde ich haben sie ja ein wirklich wirklich hübsches fahrzeug abgeliefert und wie gesagt in dem fall muss man auch wieder den maßstab betrachten dass das fahrzeug hier nicht eins zu eins so aussehen kann wie das original fahrzeug ist denke ich logisch und für den maßstab von speed champions haben sie das richtig gut hinbekommen auch die umbauten haben mir gefallen ich blende euch mal bilder ein wenn die gadgets dann am fahrzeug montiert sind und das ganze sieht echt stimmig aus und ich bin ja manchmal einfach ich gebe es zu es macht mir unheimlich viel spaß mit dem fahrzeug rumzufahren wenn die gadgets montiert sind denn ich finde das sieht richtig cool aus dafür mag ich das fahrzeug auch schon sehr kleine punkte gibt es aber leider trotzdem die ich an dem fahrzeug kritisieren muss der erste punkt wir haben sticker dabei es sind nicht viele aber hier vorn gerade bei der motorhaube dass wir diesen lufteinlass haben wird wieder über vier teile geklebt das gefällt mir nicht auch die kleinen embleme werden über zwei teile jeweils geklebt auch das gefällt mir nicht wobei man das emblem auch gut und gerne weglassen kann denn ich mag es auch dass sie in diesem fall nicht irgendein fake emblem genommen haben was dann an aston martin erinnert sondern dass sie hier einfach ein eigenes emblem erschaffen haben und auf eine billige anspielung a la augie oder vollgagen hier verzichtet haben und der zweite kritikpunkt den ich habe ist die figur und versteht mich falsch ich finde das ist schon von den alternativen herstellern eine der besseren figuren meiner meinung nach spricht sie mich aber immer noch nicht zu 100 prozent an hier muss man aber auch beachten dafür kann es luba nichts denn wenn sie die möglichkeit hätten ihre figuren anders zu machen dann hätten sie das auch sicherlich gemacht aber selbst bei diesen figuren bin ich mir nicht unbedingt sicher ob diese hundertprozentig einer prüfung standhalten würden wenn es um den design schutz geht das ist aber wie gesagt eine kleine kritik ich würde hier aber auch kein james bond erkennen zugegebenermaßen wir haben aber wie gesagt auch keine lizenz deshalb kann das auch einfach ein generischer anzugträger sein und muss nicht james bond darstellen dann haben wir noch diesen träger mit den waffen klar bond muss sich verteidigen können und zu guter letzt haben wir auch noch einiges an ersatzteilen darunter jumper plates ein paar sieglemms und kleinere teilchen ich finde sie haben da eine schöne auswahl an ersatzteilen mit beigepackt alles in allem ist dieses fahrzeug richtig richtig gut gelungen und damit auch das set richtig richtig gut gelungen ich hatte sehr viel spaß damit und bin von der qualität von slooban einmal mehr überrascht worden denn slooban fans nehmt es mir bitte nicht übel aber ich habe slooban lange zeit als echten ramsch hersteller erlebt mit dem ich echt keinen spaß hatte aber mit jedem weiteren set was ich jetzt baue kann mich slooban mehr überzeugen und das ist ja eine formkurve die nach oben geht wovon man bei dem ein oder anderen hersteller ohne hier namen zu nennen leider träumen muss von mir gibt es einen großen daumen nach oben und auch für dieses set eine kaufempfehlung die 20 euro ist das set wert auch wenn es in dem speed champions maßstab doch schon ein etwas happigerer preis ist zumindest wenn man sich die alternativen anschaut aber diesen preis ist slooban wert wenn sie auf diesem niveau abliefern wenn du natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch dieses video gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick